so hallo ach halt die kino musik fehlt noch moment haben wir gleich oh mein gott ist laut als was ist das denn hier alles stopp kino musik jetzt ok let's go ich möchte heute folgendes machen und zwar habe ich mir jetzt eine karte aufgemacht die humo musik ist gerade ein bisschen laut moment so und zwar ich bin die karte aufgemacht wieso ist jetzt noch so jetzt haben wir neuer auftrag ich dachte wir haben ja alles ich dachte wir haben hier alles jetzt gibt es hier doch noch neun okay achso das hier oben haben wir aber es kommt trotzdem jeden tag was neues dazu oder wie ah ok 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 gut was ich jedenfalls tun möchte ist die leute hier vollständig bekommen das wäre das wäre aktuell mein ziel es sind nämlich nicht mehr so viele so und ich habe jetzt schon mal eine karte aufgemacht wo die eingezeichnet sind problem ist jetzt ihr seht die karte nicht kriege ich das irgendwie hin dass ihr die karte seht schwierig ein moment ein moment doch das kriegen wir hin so ich kann zaubern ähm da ist sie genau und ich schiebe die mal warte mal wie machen wir das denn mal ähm vielleicht so ah so kann es ganz gut sein so ok da sehen wir jetzt muss ich das aber jetzt muss ich das mal selber hier ganz groß machen sonst sehe ich wieder ne so sehe ich die selber nicht mehr so sehe ich die selber nicht mehr äh muss ich es wieder so machen sonst kann ich da nicht weil ich kann glaube ich jetzt nicht mit der maus was zeigen die maus seht ihr nach wie vor nicht die maus dürftet ihr jetzt so nicht sehen ähm aber wir können darüber sprechen so uns fehlt zum beispiel die nummer 5 so und die nummer 5 ist ah oben nordöstlich da ist die nummer 5 ok das ist auch das einzige was in der ecke fehlt wenn ich mir das so anschaue na genau dann fehlt uns die nummer 16 die nummer 16 ist die nummer 16 ist die nummer 16 ist aha beide johnses sind ganz viele charaktere versteckt und da ist auch die 16 dabei ok bis ich dahin gucken gut haben wir sonst noch was in der ecke 18 fehlt noch ja 18 ist auch in der ecke ok 19 fehlt noch 19 erscheint mir aber wieder ganz woanders zu sein 19 ist ist westlich links von reality falls da ist da ok da ist eines was wir letztens auch gefunden hat nämlich ich glaube die 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 katze hatten wir letztens gefunden die 26 genau ok 19 ist bisschen weiter oben aber das sind auch ganz viele da ist auch noch die 21 die fehlt uns auch noch die 20 haben wir 19 und 21 würde da noch fehlen ok gut ich merke schon das wird mit einer runde werde ich die nicht alle abhaken können aber so stück für stück halt ne und dann fehlt noch die 27 und die 31 und die 27 ist wer sieht die 27 ach da ganz unten ah ok ok gut ganz unten im süden alles klar und die 31 die 31 ach bei hä habe ich mit dem nicht gesprochen lol das ist bei mir die 30 die figur seht ihr das das ist bei mir die 30 was ist denn dann die 31 äh ok was ist denn die 30 habe ich die 30 30 ist bei conic crossroads habe ich diese figur oder dann ist es die 30 wahrscheinlich die fehlt und die haben 30 und 31 verwechselt das kann natürlich mal passieren ok aber wir können uns mal anhand dieser karte versuchen zu orientieren und ich denke ich würde da starten wo die meisten aktuell fehlen das wäre also entweder joneses bei joneses fehlt ja die 16 und die 18 oder da bei reality falls ganz links da fehlt ja die 19 und die 21 so dass wir mal so ok aber wir haben wir haben ein paar wir haben ein paar optionen so ich mache die karte wieder weg zack und dann legen wir wie gehabt ich muss ob es wieder kleiner machen sonst sehe ich nichts mehr so und dann legen wir wie gewohnt nach einer kleinen pause los so ich gehe jetzt schon mal wieder rein weil dann können wir gleich unseren weg planen guck mal wie wir los ok pass auf wir starten hier so dann machen wir folgendes wir gehen als erstes hier runter so das ist ja da ist ja eine figur schon mal dann fangen wir nämlich da unten an ich denke da wird auch kaum jemand hin gleiten so dann gehen wir von dort aus hoch zu joneses schauen was wir da so finden und wenn wir es wenn es der oh es geht schon los Hilfe wenn es der Schlachtenbus ah Hilfe wenn es der Schlachtenbus zeitlich erlaubt äh der Schlachtenbus wenn es die Zone von der Lokalität her erlaubt dann würde ich nämlich versuchen noch höher zu kommen dass wir vielleicht die Ecke hier abklappern können aber mal gucken so jetzt muss ich erstmal hier die Person finden ist da tatsächlich jemand mit mir hier runter uiuiui na gut weil hier stimmt hier waren wir bisher noch sehr sehr ja hier waren wir noch gar nicht das dürfte jetzt vielleicht sogar als neue mit lassen oh mein gott hier ist eine blaue Kiste einfach hi hier ist einfach der yo das ist ja mal ein ganz starker Start hier achso die wehrt sich lediglich gegen den Hund da mischen wir uns mal nicht ein wa so was ist denn das hier alles interessante ich meine wenn ich da rein laufe werde ich wieder geportet so das weiß ich das können wir aber gleich ausnutzen sogar so wie sieht das Dingstechnisch aus ja ok schwierig Dingstechnisch sieht es schwierig aus aber erstmal ist es ok oh hier gibt es ganz viele Kisten aber wahrscheinlich sind zwei davon wieder hinter so einem Safe ja ok da ist jemand außen um 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 Okay. Ne, Aufladbare. Die Aufladbare nehme ich nie wieder mit. Wirklich nicht. Oh, man kann sogar drei davon stacken. Holy shit. Das ist stark. Okay, dann ist er aber vielleicht noch oben irgendwo. Scheinbar nicht. Okay. Ich denke dann, sind wir erstmal ganz gut ausgerüstet. Wir geben uns in eines von den Dingern hier rein und schauen, dass wir bei Joneses irgendwo landen. Nachdem wir uns um die Schüsse hier gekümmert haben, sehen wir da jemanden zufällig? Okay, dann egal. Busch. Oha. Ach nee, das ist... Okay, das ist was anderes. Ich dachte schon gerade... Alles gut. Ich dachte gerade, das ist was anderes, aber passt. Ah, allzu weit sind wir jetzt nicht gekommen mit dem Ding, aber ist okay. Oh je. Hier sind einige Schüsse. Ich fürchte fast, wir werden da gleich Probleme bekommen. Aber wir wollen ja sowieso auch... Ja, wollen wir überhaupt noch Kills sammeln? Ist das jetzt noch so wichtig? Ich weiß es gar nicht genau. Da ist eine Person, mit der ich sprechen möchte. Vielleicht ist das sogar die, die mich interessiert. Scheiße. Nice. So, haben wir mit dir schon mal gesprochen, Kollege? Nein. Das ist Nummer 16 gewesen. Sehr, sehr gut. Und hier ist eine Maske. Na, die nehmen wir doch auch gleich noch mit. Oh, das war drei von drei. Auch sehr gut. Supi. So. Dann wäre jetzt die spannende Frage. Okay. Wo ist die andere Person? Okay. Okay. Oh Mann. Ich habe mir etwas viel Energie abziehen lassen, muss ich gestehen. Das war nicht ganz so geplant. Oh, DMR ist sehr geil. Sehr schön. Auto. Aber Auto interessiert uns nicht weiter. Lange der nicht hier anhält, zumindest. Aber das tut er nicht. Nice. Nicht so nice. Was ist da los? Oh. Hat der gerade hier alles angezündet? Oder war das noch ein anderer Schuss? Kollege. Typ. Ich glaube, der hat einfach alles angezündet, ne? Ja, gut. Riphaus. Oh shit. Rip me. Wo ist da einer? Da ist einer am rumhangeln. Hangeln. Wow. Na dann halt nicht. Ich wollte dir helfen, aber wenn du nicht willst, dann nicht, ne? So, jetzt ist die Frage, komme ich noch an die Person ran, mit der ich hier noch sprechen muss? Ich wette nicht. Na, könnte knapp werden. Hier drüben auch nicht. Ich glaube... Ich... Oh, guck mal, da ist er wieder. Ja, ich glaube fast... Ich guck mal kurz auf die Karte und hoffe, dass ich jetzt nicht hier abgeschossen werde irgendwo. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Ähm, nein, das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Mh, nee. Da in der Mitte war nichts, was wir gebraucht hätten. Nee, ich erinnere mich nicht, dass ich da irgendwas hätte. Nee. Okay, dann hat sich charaktertechnisch erstmal alles erledigt. Und wir können normal weiterspielen. Schön vorsichtig. Achso, da war doch... Was ist mit der aktuellen Summer Wipes Mission? Äh, nee, Summer Wipes No Sweats Mission. Was muss ich da? Ah, da muss ich hier hin. Zerstöre große Bullion mit Motorbutter. Okay, das ist aber was, was auch ganz schnell geht dann. Das klingt jetzt nicht sonderlich aufwendig. Oh, da oben ist was. Das sind einige von diesen Darth Vader Waffen. Also, Star Wars Waffen. Ihr wisst, was ich meine. Leuchten muss so schön. Aber, nee. Warum jetzt nicht? 19 Spieler sind noch übrig. Und wohin geht's weiter? Okay, wir sind, wir sind ganz gut. Wir sind hier ganz gut. Das hat halt nichts gebracht. Aber das habe ich auch nicht erwartet, muss ich dazu sagen. War ja nur eine Idee. Wo sind die denn alle? Hören doch keine Schüsse oder so. Nisch hört man. Gar nisch. Ich meine, da bei den Ruinen könnten schon einige sein. In der Wüste könnten auch noch einige sein. Ich bin hier ziemlich offen. Also, das ist eigentlich nicht gut, wie ich rumlaufe. Da sind Schüsse. Da sehe ich leider nicht von... Oh. Ist was Hübsches gelandet? Nee, hier landet erst noch was. Hier landet erst noch was. Ich sehe keine... Keine Leute. Aber hier kommt was Schönes runter. Wenn eh keiner hier ist, machen wir das auf. Buuuh. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. 13 Spieler noch. Wir sehen einfach niemanden. Ist doch nicht. Ah. Da war ein Schüsse aus dieser Richtung. Da ist einer auf jeden Fall mit dem Auto unterwegs. Garis steigt er aus. Fährt er weiter. Das heißt zudem seine Mission. Na, der ist erst mal wieder weggefahren. So, Tier ist gleich erschöpft. Da hinten fährt er noch rum. Okay, hat er jetzt nicht so... Hat ihn jetzt nicht so gejuckt. Ja, Tier ist gleich erschöpft. Und dann hat sich die Sache erledigt. Kommt, dann erhol dich. Gut. Oh. Wo ist die jetzt hin? Ach, das gibt's doch nicht. Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. Na gut. Aber man, ich hatte sie fast. Aber wir haben schöne Sachen gemacht. Also rundentechnisch bin ich zufrieden, was unsere, ja, was unsere Ergebnisse angeht. Aber, naja. Der Schluss jetzt hier war nicht so befriedigend. Der Schluss jetzt hier war nicht so befriedigend. Na gut. So, wir sehen uns gleich wieder. So, da geht's auch schon weiter und der Bus fährt... Ja, ich denke, wir machen den zweiten Teil von Joneses fertig. Ne? Und dann versuchen wir da hochzukommen. Erwischen vielleicht auch gleich noch die Bojen. Das wär ganz gut, wenn wir die Bojen mitnehmen würden. Und, ja. Schauen wir mal, wie wir da jetzt zurechtkommen. Ich bin gespannt. Wir sind halt nicht die einzigen, die hier aussteigen. Das ist klar, weil auch der Strand gleich in der Nähe ist. Und der ist ja so der Missionsstrand, so ein bisschen, ne? Aber ja, wir kriegen das hin. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wo die Figur sein könnte, mit der wir noch sprechen müssen. Ob die mir hier gleich irgendwo angezeigt wird. Schwierig. Oh Gott, was ist mit der Sägewicht? Gar nichts. Okay, erstmal Waffen. Oh, Level Up. Sehr schön. Okay. Okay. Oh. Und hier haben wir eh schon. So, aber wo ist die Person, mit der wir sprechen müssten? Könnten eventuell gleich da oben. Da zeigt es mir jetzt jemanden zum Sprechen an. Okay. Okay. Oh, Scheiße. Was war das denn? Oh mein Gott. Irgendwas habe ich böse in die Luft gejagt gerade. Alter. Ähm. Joa. Ne? Dann nehmen wir doch gleich mal lieber den Kollegen hier mit. Ah, hier ist auch jemand zum Sprechen. Okay. Oh, nee. Schnell zum Sprechen gehen. Scheiße. Wo denn? Ah. Sehr gut. Wo sitzt die Person, mit der ich sprechen wollte? Hier war, hat es doch jemand, ich habe es doch gerade noch eine Sprechblase angezeigt. Das gibt es doch nicht. Da. Da drüben. Ach, das ist die Sprechblase hier. Es ist nicht die Person, wo wir gerade eben schon waren. Ja, das ist der, der Ludwig. Ne, ja, hatten wir Ludwig schon? Bin ich blöd? Ja, Ludwig hatten wir offenbar schon. Ja, aber wo sollen denn dann die anderen jetzt sein? Also hier in diesem Jonesesgebiet müssen noch mehr sein. Ich weiß beim besten Willen nicht wo. Oh, nice, nice, nice. Machen wir das mal so. Ah, ich komme da nicht raus. Okay, dann gehen wir so wieder raus. So, also das war, das war der. Aber ich muss noch mehr sein. Aber gut, das Gebiet ist auch noch größer. Aber vielleicht da drüben. Kann ich kurz auf die Karte gucken, ohne dass mich jetzt jemand abschießt, ist die Frage. Ich verkrieche mich hier mal so ein bisschen. Guck mal, hoffentlich kurz auf die Karte. Ähm. Ah, ja, 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 mehr, mehr, deutlich mehr, mehr nördlich von hier aus. Mehr so in der Ecke. Da könnte noch jemand sein. Okay. Laufen wir mal vorsichtig in die Richtung. Es könnte gut gehen. Muss aber auch nicht. Ist hier jemand zum Sprechen? Taucht hier eine neue Sprechblase auf? Ah, hier waren wir am Anfang, richtig? Na, genau. Oh, auch geil. Aber ich sehe jetzt hier keine so neue Sprechblase in der Form. Vielleicht ein bisschen weiter rüber noch holen. Oder hat die jemand, hat die jemand, die einfach umgelegt, mit denen ich noch sprechen hätte können? Ich finde aktuell tatsächlich keine. Ich sehe halt auch auf der Karte keine anderen Sprechblase. Müsste es nicht irgendwie anzeigen. Ich wundere es halt auch, dass hier vier sein sollen. Hier ist niemand sonst. Vielleicht sind die... Kann es sein, dass es Zufall ist, wer wann auftaucht? Riskant, was ich tue, ich weiß. Okay, der juckt mich, der interessiert sich gar nicht für mich, oder was? Wäre jetzt peinlich, wenn der mich noch erledigt, ne? Der hat nix mehr! Sag ich doch. Oh, ähm... Okay. Also kann es sein, dass manchmal nicht alle an einer Ecke auftauchen, so? Vielleicht ist das auch der Fall. Weil ich meine, hier sind vier Leute eingetragen und ich finde nur diesen Typ da drüben. Ist das möglich, dass sozusagen... Oh, ähm... Ja, braucht man eigentlich gar nicht. Mh... Machen wir mal so. Ich... Ich brauche so viele Waffen nicht. Was mache ich für einen Blödsinn hier? So, machen wir jetzt mal so. Das erscheint mir am sinnvollsten. So, ist jetzt die Frage... Ja, ich kann zu den Bojen noch hin. Dann machen wir schnell die Bojen. In der Hoffnung, dass ich da hinkomme. Unbeschadet. Dafür brauche ich so ein Motorboot und muss dann da Bojen erschießen. Ja, Boote sollten hier genug sein zur Verfügung. Muss halt nur... Darf halt nur nicht... Mich schon irgendwas ablenken oder treffen lassen. Okay, da wäre schon mal ein Boot. Ist das auch noch heile? Geht gut aus. Rein da. Dann versuchen wir mal Bojen zu zerstören. Bist du eine Boje, die ich zerstören muss? Yes! Okay. Wo sind noch mehr solche Bojen? Da ist noch eine. Nice. Nee, hä? Die hat's nicht erwischt. Jetzt. Oh, da ist noch eine. Okay, easy. Gut. So, und dann könnten wir jetzt, wenn wir noch schnell genug wären... War hier nicht auch noch irgendwo eine Person? Hier irgendwo? Ja, aber da kommt jetzt das Schild. Na, nee, das geht nicht mehr. Nee, das wird nix mehr. Ist okay. Ist okay. So, dann halte ich kurz mal hier an. In der Hoffnung, dass mich jetzt hier keiner erwischt und abschießt und sonstige Dinge mit mir tut. Ähm, und gucke kurz auf die Karte. Ob wir noch... Ach ja, bei Kony Crossroads war noch diese Person 30. Die mir noch fehlt. Der Typ mit der Mütze, ne? Den könnten wir auch mal gucken, ob wir den finden. Hier irgendwo. Ähm. Ich wollte jetzt nicht über Land eigentlich. So. 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 Boah, Baller. Aber ich denke, bei Kony Crossroads habe ich doch auch schon mal bestimmt mit einer Person gesprochen. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass die variieren. Dass die nicht immer alle... Okay, der trifft mich leider. Und der trifft mich leider ziemlich gut auch. Ja, okay. Der macht... Der macht die Dinger. Ich verstehe schon. Ich habe leider keine Fernwaffe so richtig. Ja, komm. Scheiß drauf. Der ist mir jetzt zu weit weg. Ah, Mann. Der will aber auch nicht aufgeben. Geht bei Ruhe, Kerl. Aber hier habe ich doch bestimmt schon... Ich meine, gut. Da ist jetzt nicht mehr viel zum Sprechen, offenbar. Hier hat schon jemand ziemlich gut aufgeräumt. Da weiß ich, juckt es die gar nicht, dass hier geschossen wird. Aber wahrscheinlich wurden die dann erschossen auch. Die jetzt hier überall. Alter. Schlecht. Ich hatte leider nicht die richtige Waffe drin. Wahrscheinlich wurden die erschossen. Das kann natürlich auch sein. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Ich schätze mal, dass man die Charaktere auch erschießen kann. Logischerweise. Vielleicht gibt es sogar was. Also, keine Ahnung, sodass man damit irgendwie krassen Sachen machen kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Ja, eine Runde würde ich sagen, machen wir noch. So, gleich geht es los. Wir sind diesmal als Indiana Jones unterwegs, offenbar. Mit Schlange auf dem Rücken. Okay. Und unser Bus fährt eigentlich ganz praktisch, weil... Dann könnten wir hier versuchen, die Personen zu machen. Da waren ja auch drei Stück gefühlt, die angezeigt wurden. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin da wirklich sehr gespannt, muss ich gestehen. Ich bin da wirklich, wirklich sehr gespannt. Oder das halt vielleicht manchmal... Vielleicht sind wirklich manchmal nicht alle am gleichen Ort so. So, das kann natürlich alles sein. Ich glaube, es war ungefähr da drüben. Ansonsten werde ich gleich eines Besseren belehrt, wenn es da nicht war. So, ich versuche mal bei der Hütte da zu landen. Ich denke, wir sollten hier auch noch relativ aktuell relativ ungestört sein. Weil eigentlich keiner einen Grund hat, hier zu weit zu segeln. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass drei Leute am gleichen Ort sind. Wahrscheinlich sind... Oh, shit. Nichts. Okay, das ist schlecht. Ah, das ist ganz schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass drei Personen an einem Ort sind. Ich denke eher, dass es einfach random ist und immer mal wieder... Und die sich sozusagen irgendwie abwechseln. Ne, eine Person wird ja hier angezeigt. Genau, eine Person. Und es ist... Dings. Hatten wir den schon? Ah, leider scheinbar ja. Jetzt müssen wir halt mal gucken, ob bei der nächsten Runde, ob der auch wieder da ist. Aber es wird halt auch auf der Karte kein Neuer angezeigt. Ich glaube, ich blick da noch nicht so ganz durch. Ja, cool. Hä? Jetzt hätte nichts rausgespuckt, ne? Einfach leere Kiste. Na gut. Ja, das ist jetzt munitionstechnisch ganz cool. Okay, jetzt haben wir endlich eine vernünftige Waffe. Das ist doch schon mal was. Aber sonst ist hier niemand zum Quatschen, ne? Obala. Nee. Nee, hier ist sonst einfach niemand zum Quatsch. Kann mal gucken, ob da unten vielleicht eine Person oder so auch noch sein. Aber da wird es ja die Sprechblase trotzdem anzeigen, die ja hier in der Nähe wäre, ne? Normalerweise müsstest du die ja mit anzeigen. Ich glaube, die wechseln sich ab. Ich glaube, das ist irgendwie so, dass die sich abwechseln. Das ist so das Einzige, was ich mir dazu vorstellen könnte. Aber vielleicht täusche ich mich auch und die sind einfach noch exakter positioniert, als ich denke. Möglich ist viel, ne? Möglich ist wirklich sehr viel. Was hört man denn da für Geräusche? Das ist alles die Ecke. Was ist denn da auf dem Dach? Und warum? Alter, ich... Hab dir doch nix getan, Mann. Ist hier vielleicht zufällig noch jemand zum Quatschen? Nee, er würde längst die Person anzeigen, wenn da jemand wäre. Aber wir haben das noch nicht gefunden, diesen Punkt hier. Auch interessant. Eine Mini-Tankstelle oder sowas. Ah. Ah, da ist die Kiste. Schon gewundert. Woher der... Oh mein Gott, lass mich doch einfach da hoch. Danke. Nee, auf der Baumaschinenpistole will ich tatsächlich echt nicht. Echt, echt nicht. Hm. Ja gut, dann sind wir charaktertechnisch jetzt nicht viel weitergekommen. Also ich denke, dass das hier ist. Und dass die halt einfach zufällig hier auftauchen. Was es aber dann, wie gesagt, nicht so... Nicht ganz so einfach macht. Die alle zu bekommen. Aber das erklärt, warum die so auf nem Haufen sind. Na gut. Ähm, ja komm mal her. Okay. Okay. Komm, wir machen den Supersprung. Toller Sprung. So. Ähm. Jetzt kommt auch noch so ein Hund. Äh. Ne. Alles nicht so meins. Wie weit ist denn das bis zur Zone? Die ist aber ganz schön weit drüben. Die ist aber echt ganz schön weit drüben. Ei, ei, ei. Okay, noch komplett durch Tilted Towers durch. Und dann ist es mal dort. Oha. Oha, er kann einfach Sachen kaputt rammen. Wusste ich noch gar nicht. Okay. Oh, nice. Es gibt's doch nicht. Oha. So. Wir haben mal einen Kill hier mitgenommen. Ach ja, komm. Wer wäre jetzt mal unser Tier? Du bist nämlich sehr erschöpft, Kollege. Und du nicht. Hallo. Na ja. So gut geht's dir aber auch nicht mehr. Ach ja, ich hab dich angeschossen. Natürlich geht's dir nicht so gut. So, kommen wir denn von hier zu unseren County Crossroads? Können wir gucken, wer jetzt da eine Person ist, die wir noch ansprechen müssen. Würde mich freuen. Ich hab aber nicht mehr viel Zeit, um da noch hinzukommen jetzt. Aber wir sind hier. Den Typ mit der Mütze suche ich. Hier ist jemand zum Ansprechen schon mal. Der wird noch angezeigt. Hast du eine Mütze auf, Typ? Nee, du bist jemand anders. Schade. Ah, nee. Doch, das ist... Ach, das ist die. Okay, nice. Das ist die Nummer 31 gewesen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr gut. Ein Charakter mehr mitgenommen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Okay, keine Ahnung. Aber jetzt wird erstmal hier geschossen. Glauben wir meinen Kill nicht. So. So. Jetzt ist aber das Auto weg. Ach, scheiße. Es gibt Schlimmeres. Wir sind auch gleich da. Wir sind gleich da. Da vorne ist einer gelaufen. Die könnte ich mir auch noch krallen. Schade. Aber. Natürlich nice, was wir dafür alles jetzt mitnehmen können. Gut, das war ein kurzes Vergnügen mit der Stachler-Maschinenpistole. Okay. Okay, aber sehr schön. Wir gehen ins Menü und gucken mal, wer jetzt noch an Personen fehlt. Dürfen jetzt nicht mehr so viele sein. So, Sammlungen. Also, genau. Er kam neu dazu. Er kam neu dazu. Sie kam neu dazu. Okay. 18, 19, 21 und 5 fehlt noch. So, jetzt gehen wir noch mal kurz auf unser Bild. Unser Bild. Zack. Also. 18 ist, wie gesagt, da, wo auch der alte Opa gerade war. Das ist alles die gleiche Ecke. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, vielleicht wechseln die sich ab in den Runden. Genauso wie die Bären. Da ist mal 19, 20, 21. Das ist alles der gleiche Ort. Das ist wahrscheinlich mal der, mal der und mal der. Da würde noch 19 und 21 fehlen. Also, mit Glück ist da mal nicht das rote Viech, sondern die Ente oder das schwarze Viech. Und dann noch die 5 da ganz oben. Die 5 da ganz oben. Das sei aber eine einzelne Person zu sein. Da war ich einfach bisher noch kaum. Ist okay. Machen wir in der nächsten Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen.